Wien ist eine so lebenswerte Stadt, weil wir Spitzen Öffis haben, die noch dazu günstig sind. 365 Euro kostet das Jahresticket und in Wien wird viel zu Fuß gegangen und es lässt sich auch sehr gut radeln. Wien ist so lebenswert, weil Wien Plätze umgestaltet, grüner macht und auch Fußgängern und Radfahrern mehr Platz bietet. Das kommt den Kindern, den älteren Menschen und der Lebensqualität zugute.